dieser bunte haufen hier das sind sie das sind die aktuell schnellsten laufschuhe die auf dem markt erhältlich sind wir haben hier acht paar zusammengestellt kosten deutlich über 1700 euro wenn man sie kaufen würde und wenn man sie auch kriegen könnte was sie auszeichnet was sie können und für wen sie geeignet sind das wollen wir uns jetzt mal anschauen was die schuhe eint sie haben alle eine sichtbar dicke mittelsohle und vor allen dingen sie haben in diese mittelsohle eingelassen ein karbon element eine karbonplatte die in den unterschiedlichsten formen hier eingesetzt wird karbon ist sozusagen das zauberwort wenn es jetzt um schnelle laufschuhe geht die marathon welt rekorde der männer und der frauen bridget coskey letztes jahr und eliot kepchoge vor zwei jahren in berlin haben die welt rekorde aufgestellt mit modellen aus dieser serie von nike und nike war tatsächlich so einer derjenigen die das ganze projekt der karbon schuhe in 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 anstoß gebracht haben und ins rollen gebracht haben mit den damals nike vaporfly next percent modellen zunächst diesen sie vier prozent weil nike behauptete mit diesen schuhen kann man vier prozent schneller den marathon laufen als mit den vorherigen modellen und heute haben wir hier diese letzte version das ist der nike air zoom alpha fly next percent und mit einem prototypen dieses schuh ist dieses schuhs ist eliot kepchoge dann auch die fabelzeit in wien gelaufen von unter zwei stunden ja was die schuhe eint ist die karbonplatte und was ist karbon karbon ist ein stoff der sehr hart ist man merkt das hier wenn man versucht die schuhe zu flexen karbon das ist ein verstärkter kunststoff der in die mittelsohlen eingelassen wird karbonkeit zeichnet sich dadurch aus dass es sehr hart ist also sehr stabil in der einrichtung aber auch sehr leicht ist und sehr dauerhaft ist und sehr gut verarbeitet werden kann das heißt man kann man kann mit dem karbon sehr schön modellieren karbon ist eigentlich im laufschuhbau kein neues ding es gibt es schon seit den 1990er jahren als erste hersteller mit karbon rumgetüftelt haben damals allerdings eher in der form dass es tatsächlich rein versteifende platten in den mittelsohlen war um den aufpralldruck zu verteilen heute wird karbon eingesetzt bei den mittelsohlen um im verbund mit der formung der sohle und im verbund mit den kunststoffmaterialien ein besseres laufergebnis zu erzielen ein schnelleres laufergebnis zu erzielen und das passiert folgendermaßen was wir durchweg bei diesen karbonschuhen sehen können ist diese sogenannte rocker konstruktion das heißt wenn wir uns den schuh von der seite anschauen sehen wir dass er hier vorne aufgebogen ist und hier hinten aufgebogen ist die karbon sohle in der mitte ist eingelassen in kunststoff schäume die sehr responsiv sind das heißt sie geben sehr viel der energie die beim aufprall in die mittelsohle rein gesteckt wird schnell wieder an den fuß zurück das heißt die energie geht nicht verloren sondern sie wird nachher zum vortrieb eingesetzt im verbund mit dieser rocker konstruktion die den vorwärtsdrang beziehungsweise die vorwärtsbewegung des fußes begünstigt bringt das schnellere laufzeiten beim marathon mittlerweile haben wir es gesehen hat sich tatsächlich erwiesen dass durch diese schuhkonstruktion die zeiten der elite läufer verbessert werden können über 80 prozent der läufer die unter den top 3 im letzten jahr waren bei den marathon majors waren mit diesen schuhen mit karbon platten unterwegs und das ist auf jeden fall ein beweis von der straße her dass die schuhe auf jeden fall einen vorteil bringen können behandeln müssen wir auf jeden fall noch die frage machen die schuhe schnell und wen machen sie schnell beziehungsweise wer sollte sie nicht tragen dazu müssen wir noch mal ein bisschen auf die biomechanik schauen und zwar ist es so dass durch diese rocker konstruktion in verbunden mit der versteifenden karbon platte in der mittelsohle der bewegungsablauf beim laufen beeinflusst wird und zwar in der form dass tatsächlich die das großzehnen grundgelenk also das große gelenk vorne im fuß sich beim abrollen nicht so beugt das heißt die die zehen flexen nicht dadurch wird aber gleichzeitig die achillessehne und die wadenmuskulatur des beins stärker beansprucht und das zieht sich rauf bis in den hinteren oberschenkel oder in die ischiochorale muskulatur das merkt man das berichten alle unsere testläufer dass man gerade auf der rückwärtigen seite der beinmuskulatur diese stärkere belastung merkt biomechaniker weisen darauf hin dass die europäischen die afrikanischen topläufer eliot kipchoge bridget koske dass die von natur aus längere muskulaturen aufweisen und dass die deswegen mit diesen schuhen besser klarkommen europäer aber eher vorsichtig sein sollten wir ergänzen dazu man muss schon das richtige tempo auf die straße bringen um den schuh tatsächlich profitabel einzusetzen im wettkampf oder auch beim speedtraining dann allerdings machen die schuhe sehr viel spaß sie sind super leicht bringen einen tatsächlich nach vorne man hat subjektiv bei vielen dieser modelle das gefühl dass man tatsächlich etwas schneller läuft auch bei den zeiten her die man dann auf der uhr sieht insofern ist es also nicht nur etwas für die absolute top klasse sondern auch für die ambitionierten läufer die ein bisschen spaß haben wollen